Kein Zombie? Ruhe mit dir! Verrat mich nicht! Ich tanze um den rum! Das hat funktioniert! Wie sagt man so schön? Man muss das Positive sehen Und hier in diesem Fall ist das Positive Mein Inventar ist leer Nee du, ich kann jetzt nicht! Naja, warte mal kurz, ich muss hier erstmal Pfeile machen Dann kommst du nicht Geh weg, du Sau Ja, mit deinem Kumpel Nee, erzeug dein Dieter Hey, wir sind am Anfang Also benimmt dich euch, wie anfängt Also, wir anfangenmäßig Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead Mit mir, den Kabin Mit leichter Probleme Wir haben jetzt eh eine Stunde nach der dritten Welle Und wie ihr seht, seht ihr nichts Mein ganzes Zeug ist weg War nämlich gerade ein Update Alles weg Also wirklich alles weg Die Maschinen funktionieren nicht, die muss ich erstmal reparieren Ich wollte eigentlich noch ein paar Mods Äh, ein paar Pfeilen hier hinstellen Woher kicke ich so? Naja, gut Ich hab aber noch meinen AK Also, die Kieren steckt ab Aber altwertige Inventar hatte Alles weg Das muss ich alles neu produzieren Das Problem ist aber Äh, im Moment, ich zeichnet euch Das ist auch zurückgesetzt Gut Sich darüber zu beschweren ist doof Weil, wie gesagt, das ist eine Beta Und das hätte klar sein müssen Dass sowas passieren kann Das heißt aber Wir müssen uns alle nochmal neu anschaffen Und das dumme ist aber Wir haben alle resettet Aber das haben wir vergessen Hallo Gut, wir müssen Richtung Autobahn Hoffen, dass wir keine Zombies unterwegs treffen Weil ich kann ja auch keine Pfeile bauen Brauchst ja auch Eisen dafür Ich kann auch kein Eisen abbauen Brauchst ja Eisen für Maki Ganz mein Humor Na gut Aber wie gesagt Irgendwie die Zombies sind Oh, glücklich zurückgesetzt Oder so Ich sehe bis jetzt keine Aber wie gesagt Heißt nicht, dass sie nicht da sind Gut Wie gesagt Etter Scheiße Wir waren bis da unten durch Mit den Looten Das ist ein kleiner Rückschlag Aber das kriegen wir schon hin Irgendwie werden wir schon die Wupp kriegen Hoffentlich doch Und da ist der erste Zombie Komm so mit mit Zwei kann mich nicht verteidigen Ich habe bloß ein Messer mit bei Muss jetzt nicht hin Die Zombies Der Zombies bauen ist ein bisschen runtergesetzt, oder? Oder ist das bloß eine Täuschung? Oh, es ist großer Ähm Da schon Ein bisschen mehr aus So Ist geklärt Oh, es ist eine Stadt Brauch ich da ja nie Hallo? Wie gesagt Die lachen mich aus Gut, dann versuchen wir hier Irgendwie seitlich noch ein bisschen was zu kreieren Wie das ist alles weg? Das ist nicht respawned Bis jetzt ein bisschen ehrgerlich Meine Karte wenigstens freie Nup Karte ist Hochnobel Äh Neu aufdecken Ah, wie gesagt Alle ist ein bisschen schwieriger dadurch Da unten müsste es eigentlich Richtung Autobahn gehen, ne? Schnellstraße Liegt vielleicht Die Sachen zusammen für den Bogen Hier hättet der schon Richtung City In the City Da will ich jetzt nie hin In the City Wie gesagt Ich kann keine Steine abbauen Ich kann nichts machen Ich kann bloß die Steine einsammeln Die hier unten auf dem Boden liegen Die bringen mir aber nichts Ich versuche mal hier irgendwie Na schön, Eisenstein Aber muss ich irgendwie mal kicken Ob ich da hinten irgendwie auf der Straße raufkomme Dass ich wenigstens eine Axt oder so was kriege Wir haben schon schlimmere Sachen gewuppt Wird ich doch jetzt bloß nicht in eine Traube rinkommen Kann die nicht absütteln Das geht nicht Ja So, Ena Ja, es bewegt sich Also ist er Ena Ich muss mal noch ein bisschen größer den Kreis ziehen Und sie fix ist ja alle tier verseucht Und mich ihr Sünder Etter und ich hatte eine Kuckrie Allet ihr habt die Kapp Mann Warum muttet denn so sein Weiß der nächste Das ist ja Die heißer Brat Und ich hätte jetzt auch von vorne anfangen können Ne Hat er die Base nochmal neu aufstellen müssen Darauf habe ich überhaupt keine Lust Aber wie gesagt Ist meine Schuld Weil damit musste ich rechnen Ist ne Beta Schlimm ist er dem Teil Wenn das immer passieren tut Dann beutet nämlich nicht weiter spielen Hier Hat ein bisschen schade wäre Und dann sammeln wir mal ein bisschen Holz Und man braucht dich für einen Speerbruch Holz nur Da würde Holz reichen Wenigstens eh eine Bewaffnung Ach ne, die schmeißt er ja Bitte Eine Angelroute Ja gut Angeln haben sie eingefügt Habe ich aber so nie gesehen Jetzt Hatte ich bis jetzt noch nicht das Bedürfnis dazu gehabt Den Bogen hätte ich mir äh Die Spikes hätte ich äh Diese da Speere Kannst du in die Pieken Kannst du nur schmeißen Okay Zombie Ruhe mit dir Verrat mich nicht Musstig machen Kommt Dankeschön Wie gesagt Und Autoran Ninja Teil Und da kriegt vielleicht den Pfeil raus Aber Und gleich mal weg So kann ich mir wenigstens vielleicht Heisen wegbauen Äh Abbauen mein Ding natürlich Äh Das wäre nicht ja Und damit kann ich jetzt noch mehr Eisen Denn fangen wir wieder von vorne an Hey Da kommt richtig Freude auf Na ja gut Mut Mut Ja Also Hä Wie jetzt Kann ich nicht mehr wegkmeißen Doch jetzt Welche Taste drückt Wie immer Besson schreit Ich bilde mir jetzt gerade ein dass die Performance besser loben tut auch mann er macht haben war und dann bin ich hamburger die tanze um den rum es hat funktioniert in den titan könne so bist du denn also gegen bären kann ich nicht machen es fällt aus wegen ist nie ist nicht kaputt in der riesen gesehen aber keine lust zurückzulaufen was dumm ist heute tun mache ich bitte da seht ihr noch nie mache ich nicht ich muss da hinten irgendwie runter kommen oder zurück auf der straße am besten wie gesagt mit trainer dass ich mir wenigstens verteidigen kann man kann ich doch jetzt es sind nicht viele aber in den spieler kreik hier schon mal wieder ein bisschen größe machen beruhigt die kabin es ist alles gut ihr bekommt jetzt schon und die ausdauern ist ja die ausdauer ich muss die punkte neu verteilen halt mal auf 1 na gut und da unten sind drei krass beins wenn ich mir nicht anlegen ich habe ja bloß 5 und 20 pfeil also die kannte abzufahren weil hier ist ja ein stumm abfahmen sobald ich runter hier los wiegt der fahr zombies über den weg zu laufen naja irgendwann muss das ja mal passieren gut dann würde ich mal sagen kleiner stiegenspiefel ich versuche das immer mal mit messer hat ihnen gut funktioniert jetzt sind immer noch gut also wolf problem ist ihr löst messer geht gut wie sagt wie sagt man so schön man musste positive sehen und hier in diesem fall ist der positive mein inventar ist leer total leer und sie kann ja eigentlich schon mal nämlich schon mal einen punkt also wir machen wir stärker vitalität aufmerksamkeit jetzt sind unsere drei dinge an die war zuerst machen da du hase willst mir angreifen oder was macht das lang gewinnst ich habe einen wolf gekillt hätte ich aggressiv weg zum tier ein koscheltier aber ein tier ist ein tier so jetzt haben wir schon drei das ist schon mal gut das ist schon mal eh eine falle oh älter mit dem kupfer, was ist denn hier los? ist jetzt ein zufall? oder ein ausfall? naja und ich habe mir extra nochmal die karte runtergezogen ich wollte nämlich auch noch mit euch ins krankenhaus rennen ich glaube das kann ich heute knicken ich sollte heute nicht unser doktor sein nochmal kuba machen wir schon mal funger funger naja, gut da ist nochmal kuba nochmal sechser sind es schon mal zwei fallen da runter gehe ich mal hin und wird denn jetzt neblig oder ist bloß ein effekt ich stelle mir grad die frau ob unser schlafsack noch up to date ist hm ich glaube wenn ich nach hause komme das ist das erste was ich mal neu setze ne das wäre ernst gut was sollte ich tun? die wächst auch ne du ich kann jetzt nicht naja warte mal kurz ich muss hier erstmal pfeile machen dann kommst du geh weg du Sau du stehst mir im Weg ja meine Zielkünste sind wir da on point aber genauso gut wie sie das heißt ich muss die ganzen punkte nur meinen ich sehe oh mein ach ja gut ich kann ja ja keinen beton und so das muss ich ja auf jeden Fall neu lernen schüttendreck wie gesagt wir haben jetzt dann noch so überlegt beziehungsweise ob das funktionieren tut hier mit den aufwerten und so ja mit seinen Kumpel hey als soll denn ditter hey wir sind am Anfang das übernimmt der schon wie anfangen also wir anfang mäßig häng dir nicht vor das so oder so des Todes und das ist ja der nächste schon wieder der toll der toll ist echter er zum Glück hat mein ins Freddy gerade ein bisschen geprostet gerade nicht bekommen das war von vorn anfangen müssen hallo interessiert denn interessiert uns auch nicht unter wie man kann ja eigentlich schon mal die axel ammer die kann ich nicht in die steine das kriegen wir auch hin also wenn wir finden ist ja stein deine sollte möglich sein naja gut wenigstens ein bisschen zeit geschoben kriegen und dadurch heute ist ja auch nicht der fall das wäre gut gewesen kannst du noch ein bisschen zeit aufschieben so eine art probier mal noch ein bisschen aus vielleicht kriegst du ja noch besser hin aber nee volles risiko wohin war es nur so schön leer jetzt hier gucken tust nicht mehr so leer aus ja so lala aus wo steine habe ich wo eine axt bitte den hammer den hammer den werde ich naja umlegen aber alle zu seiner zeit wo wir machen wir da muss ja wahrscheinlich naja doch ausdauer musik trotzdem machen plus minus naja gut musik mit leben aber ein bisschen mehr ausdauer ist doch was feindet ich glaube mal so später unsere rüstung macht bietet nicht so genau so bricht man ab und das werden wir jetzt würde zeit zum verschwinden das ist meine pflanze erst weg weil die anderen kommen jetzt hoch und weg sind die feiner die kapien weg und schon der nächste ist die jetzt in die brust beide das gerade die fälligerweise bester wird man treffen kann ohne sich zu bewegen wenn ich überhaupt mal treffe es ist schon wieder ein traum und deswegen sind pfeile ungünstig bei mir wie gesagt kostenmaterial gut also die hängen jetzt auf der straße ne rolle dude ist schon weg erst meine pfeile sind auch weg na toll es fängt schon mal wieder gut an doch ins gefälle bekomme ich wieder wenn ich die jetzt weg mache nach und nach tauchen dann die nächsten aber trotzdem wie gesagt braucht ihr material irgendwann müssen wir alle mal sterben ich hoffe dass sie mal sie so dran ist aber ich glaube hier muss ja auch das licht ausmachen jetzt geht es ich mach das mal aus also ich bitte mir ein dass es abbringt oh no no mal Luft holen so und weiter geht es so und das jute ist er kriegt die forschungspapiere die nächsten eh zwei stück wieder daumen wir aber auch noch nicht in das Haus zu gehen obwohl das eigentlich ganz gut für uns wäre ja und Munition und Waffen an geht ne die könnte da lang gehen da sind da einzelne Häuser auch ich glaube das könnte ich tun oder da aber wie gesagt da habe ich angst dass ich da durch welche anlocke aber ich musste das riskieren du sagst ich brauche Munition ich muss bei Knase habe ich ja jetzt auch wieder so vielleicht mal wieder ein bisschen hochfüttern und dann warte mal fett 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 dali date die sind gummi dankeschön und das ausrennen o1 risiko wenn ihr jetzt rauskommen das ist doch vielleicht habe ich Glück da wird Munition auch drin sein für unsere Knifte da komm raus wenn man das hier nicht kommt so lange hinter uns keiner kommt und ist nicht gut immer abbrechen tut wenn du getroffen wirst die bleiben da hinten ist schon mal gut nackt nackt also immer jetzt hier sich zu treffen das funktioniert nicht immer aber immer öfter komm mal auf die Dinger was nun achso der nächste kommt hoch raus macht für uns ein paar sachen einfacher Du musst rauskommen. Ja, ja, ist doch gut. Eigentlich so aggressiv. Dankeschön. Sehr liebensgewürzig. Der hat mich Will erwischt. So Vitalität drin. So. Der nächste. Aber die ganzen anderen Feindern. Ja, von Seite kannst du dich schön sehen. Du kannst die Wille einsammeln. Guru, Guru. Guru, Guru. Da komm raus. Oh, es ist, äh, ein wenig gehenlassende Frau. Was ich dazu sagen soll. Die hat heute einen Donut mehr gegessen. Wie, doch, doch. Also, die Texturen sind irgendwie besser. Find ich ja. Ja, Zombies, wisst ihr? Geht euch mal die Texturen an. Irgendwie haben sie die noch mal überarbeitet, glaube ich. Oder ich bilde mir das natürlich ein. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Oh, da ist es. Was ganz dringend. Ich hab das gerade gesehen. Es war nicht mehr so viel. Aber ich krieg ja gleich was Neues. Kühlschrank ist immer gut. Wohl mal kurz hier um die Ecke. Das ist ein grüner Kotzer. Daneben. Glaub ich. Bin mir nicht so sicher. So. Nix da explodieren. Ganze knicken, Junge. Ja, so funktioniert. So lässt sich doch drüber reden, wollte ich sagen. Aber das ist falsch. Ist ja tot. Oh, ein bisschen Material da. Ich muss jetzt alle von vorne anfangen. Das ist schavierig. Uiuiui. Upsi. Geh mal kurz hier raus. Und schieß den von draußen in den Kopf. Das geht besser. Olle Schludrian. So, warte mal. Äh. Ne, falscher Knopf. Schon wieder. Die Stärke, wie ihr sagt. Warten. Wie sagt ihr? Scheiße. Ach. Komm. Das müsste er teilen. Muss schon passen. So. Jetzt krieg aber ein bisschen Muiuiion. Davon aus. Ja. Ja. Dafür ist mein Inventar auch wieder voll. Ist voll uncool. Gut, dann mach ich das so. Ja. Guru, guru. Guru dich. Ich werd erstmal ein bisschen wat puttern. Wegen Lebensenergie. Und hab dann wieder eins wie Plätze frei. So. Muiion. Nachgeladen. Oh. Nicht. Oh. Ne Kiste. Was haben wir denn hier? Wie soll ich denn das? Gut. Prioritäten. Äh. Wech. Äh. Nicht wech. Nicht wech. Nicht, nicht, nicht. Nicht wech. Mit ihnen. Mägt das mit drin? Das krieg auch wieder. Mägt das mit drin? Nach Hause. Wo ist sie jetzt schon nach Hause? Krass. Äh. Achso. Kann ich da hinpacken? Ist doch nur Platz. Oh. Reicht das noch für Munition? Platzmäßig? Nope. Hey. Ich muss will er wat. Entschärfen. Mach die hier. Der hat mal weg. Die hier. Der hat mal. Munition ist ein bisschen wichtiger. Ist nach Hause. Nein. Sag mir die Munition ein. Mensch. Aber wir haben eine Grundausstattung wieder. Ah ja. Gut. Das sind drei Bücher. Kann ich nicht die Bücher auseinandernehmen? So warte mal. Sperr. Die Sperre. Kann ich jetzt entsorgen? Oh, ich geh jetzt nicht mehr. Ich schmeiße Sperre weg und kriege einen Koffer oder wat? Machen wir jetzt so. Gut. Dann nehmen wir da eh ein Buch. Das sind nicht dieselben. Gerade. Aber ich werde jetzt versuchen. Ich habe mir überlegt, ob ich die Buch auseinandernehmen kann. Falsches Spiel. Nee, ist schon das richtige Spiel, aber nicht hier, ne? Hier. Ich muss zurück. Bringt ihr alles nicht. Oder? Hab ich jetzt so viele aufgeladen, dass ich vielleicht noch eins mitnehmen kann? Ne. Dann eben halt nicht. Stellt sich die Frage, ob bei uns die Häuser auch voll sind? Ich glaube, das werden wir jetzt erstmal ausprobieren. Und die Fallen müssen wir reparieren. Also erstmal würde ich sagen, wir bauen uns zu Hause eine Kukri. Denn reparieren wir die ganzen Fallen. Wie gesagt, da lüften mich gar nichts. So, da sind wir auch Höhler. Sind zu Hause angekommen. Wir werden jetzt erstmal die ganzen Maschinen reparieren. Dazu bräuchte ich ein bisschen Platz in den Inventar. Denn ich werde mir auf jeden Fall eine Kukri bauen. Die ist nämlich, wie gesagt, für den Anfang ist die Gold wert. Und wie gesagt, fein haben wir ja halt nur da. Das Problem ist, wie gesagt, ich muss jetzt von vorne anfangen. Das Kacke ist, bitte. Ne? So, Kukri am Start. Da haben wir Dieter. Teilmotoren. Die muss ich ja auch neu leeren. Zement konnte ich ja so herstellen. Das war ja nicht der Problem. Die brauchen wir auch, dass ich Sachen brauchen könnte. Kann ich aber jetzt nicht. Schönen guten Tag. Gehen Sie mir aus dem Weg? Wie Feenschienen im Wind. Jo, dann schmeiß ich das erstmal hierin. Ja, wie gesagt. Moment mal, du kannst ja deine Waffe... Warte, du könntest die in Waffen drin so schmeißen. Ich habe hier sehen im Video, dass die das damit... Da hast du nämlich auch Vereisungen und all sowas. Aber ich glaube, das liegt bloß bei richtigen Waffen. So kann ich die nicht drin setzen? Ne. Wir werden uns nur darum kümmern, wie gesagt. Hab da ja die Stats da. Sieht da. Bringt Kälte Schaden. So. Weil, wie gesagt, damit kannst du nämlich die Zombies an so einfrieren. Mhm. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Aber kannst du vielleicht bei die Knacken schmeißen? Das habe ich noch nicht probiert. Na komm. Oh, die knifft da. Ne, wo ist denn die? Moment mal. Du kannst doch... Ah ne. Ich wollte gerade sagen, kannst du da nicht Mods drin schmeißen? Moment mal. Nee, die geht ja nicht. Da ist ja die Munition drin. Irgendwie wird es schon funktionieren. Wir werden nur drauf kommen. Nicht petzen. Ich sag's auch schon. Wenn ihr petzt werden darf. Warte mal kurz zu dessen hierin. Den Rest. Jut. Also, wir fangen hier vorne an. Erstmal reparieren. Und dann will er hochziehen. Hier hin. Wenn ich das jetzt hoch rein. Ich wollte gerade sagen. Nicht, dass ich denn mit hochgezogen werde. Warte mal, Kukri. Gucken Sie mal bitte. Könnte sie jetzt hier brauchen. Falsch gerät. Der Gerät. Und dann brauche ich Äste. Und die kriegen wir auch noch hin. Dann mache ich mal jetzt ein paar Äste. Und dann ist das gut. Aber der schmeißt schon ihn ganz schön raus, wa? Wenn du an eine schlimme Denkenturse oder sonst irgendwas. Siehst du ein Update? Ja, das ist ja normal. Und dann siehst du. Alles weg. Da denkst du ja auch erst mal so. Na ja. Bringt das jetzt was? Das schmeißt du jetzt weiterspielen? Oder ist es bei dem nächsten Update genauso? Ach, das ist jetzt schön. Schön. Schön hoch. Du bist jetzt auch wieder oben. Gehen Sie mal bitte nach oben. Na gut. Dann würde ich mal sagen. Wir werden in der nächsten Feuer. Noch ein, zwei Sachen zu tun haben. Also, wie gesagt. Die Maschinen, alle Tresetten. Tue ich jetzt mal schnell. Und. Morgen stellen wir die neuen Pfeilen auf. So weit wie geht. Und fangen in den Teil zu weit. Wir können. Material schon wieder steinemäßig herzustellen. Und in die Häuser werden wir auch nochmal hinzucken. Das werden wir aber zuerst machen. Würde ich mal sagen. Ob das eine Idee. Denn wie gesagt, die fallen. Und dann. Gucken wir weiter, wa? Also. Ich hoffe, da hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bin dann erstmal raus. Tschüüü.